Hallo Leute, Apple hat einen neuen HomePod veröffentlicht, genau genommen die zweite Generation des großen HomePods, der damals eingestellt wurde. Und in diesem Video zeige ich euch alles, was ihr darüber wissen müsst. Der neue HomePod wird von Apple auch tatsächlich als die zweite Generation bezeichnet. Also ist auch wirklich der Nachfolger des großen HomePods, dessen Verkauf einige Zeit nach erscheinen des HomePod Mini eingestellt wurde. Aber das sieht man auch auf den ersten Blick. Der neue HomePod sieht dem großen HomePod fast zum Verwechseln ähnlich, wäre da nicht dieser deutliche Unterschied im oberen Bereich. Da sieht der große HomePod nämlich jetzt eigentlich wie der HomePod Mini aus. Die Hintergrundbeleuchtung ist also genau genommen jetzt vollflächig. Gerade von oben betrachtet würde ich jetzt auch fast denken, dass das ein HomePod Mini ist. Also vielleicht hat sich am Formfaktor auch leicht etwas verändert, aber rein von der Form her sieht er seinem Vorgängermodell wie schon gesagt sehr ähnlich. Und wo wir schon vom Vorgängermodell sprechen, da ist es auch schon, das ist der erste HomePod. Der erste HomePod ist 172 mm hoch, 142 mm breit und wiegt 2,5 kg. Hier der neue HomePod im Vergleich, auch der ist 142 mm breit, aber nicht 172 mm, sondern 168 mm hoch, kleiner Unterschied also, und nicht 2,5 mm, sondern 2,3 kg schwer. Wie auch bei der ersten Generation stehen hier zwei Farben zur Auswahl. Weiß, daran hat sich nichts verändert, aber statt Space Grau gibt es jetzt hier Mitternacht, was mich persönlich schon sehr freut, denn ich bin inzwischen schon ein großer Fan dieser Farbe. Viel wichtiger ist aber hier etwas anderes. Der große HomePod bietet gegenüber dem kleinen HomePod ja vor allem eines, nämlich eine deutlich bessere Soundqualität. Das wissen wir ja bereits von der ersten Generation. Bei der zweiten Generation wurde aber interessanterweise die Anzahl der Hochtöner und der Mikrofone etwas reduziert. Auf der anderen Seite gibt es aber wiederum Optimierungen und aktuellere Hardware. Ich bin also schon wirklich gespannt darauf, ob der neue HomePod vielleicht besser klingen wird als die erste Generation, ob es nahezu gleich sein wird oder, hoffentlich nicht, sogar vielleicht schlechter sein wird. Das wird sich natürlich noch zeigen. Im Vergleich zum HomePod Mini unterstützt der große HomePod 3D-Audio, was Apple hier nochmal verdeutlicht. Auf der anderen Seite arbeitet im neuen HomePod jetzt der S7-Chip der Apple Watch, während es beim HomePod Mini ja der S5-Chip ist. Der Chip spielt hier auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle, weil er für entsprechende Anpassungen sorgt, wie zum Beispiel Computational Audio, was ja für eine Soundoptimierung in Echtzeit sorgt. Ich bin gespannt, ob auch das eine positive Auswirkung auf den neuen HomePod haben wird. Diese Raumerkennung, die wir vom ersten großen HomePod kennen, was der HomePod Mini ja nicht kann, gibt es bei der zweiten Generation wieder. Der HomePod kann also mit seinen Mikrofonen Schallreflexionen erkennen und sich dann in gewisser Weise ein Bild vom Raum machen und dann den Sound eben entsprechend anpassen. Auch hier lässt sich dann aus zwei HomePods ein Stereo-Paar bilden, was ja bekanntlich dann für ein nochmal intensiveres, deutlich besseres Sounderlebnis sorgt. Auch nicht zu vergessen, über Apple TV und EARC, also Enhanced Audio Return Channel Unterstützung, kann man den HomePod oder dann vor allem ein Stereo-Paar zu den Lautsprechern des Fernsehers machen. Das werde ich auf jeden Fall auch für mein Review testen. Eine interessante neue Eigenschaft des neuen HomePods ist auch, dass er einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor verbaut hat, also entsprechend im Raum Temperatur- und Luftfeuchtigkeit messen kann. Außerdem unterstützt er auch Geräuscherkennung von Rauch- und Kohlenmonoxid-Alarmen, kann also im Fall so eines Alarms gleich mal eine Benachrichtigung an alle Apple-Geräte senden. Der neue HomePod bekommt auch noch zwei weitere Eigenschaften, die wir vom HomePod Mini kennen, nämlich einerseits Thread- beziehungsweise Meta-Unterstützung und andererseits ist jetzt hier auch der U1-Ultrabreitband-Chip verbaut. Neben dem HomePod Mini gibt es also wieder den großen HomePod, nur eben hier in einer Neuauflage. Laut Apple sind die wichtigsten Unterschiede im Vergleich zum HomePod Mini natürlich mal der deutlich bessere Sound des großen HomePods, aber unter anderem hier auch 3D-Audio sowie die Raumsensoren. Gute Nachrichten gibt es für HomePod Mini-Besitzer. Der verbaute Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor im HomePod Mini soll auch bald per Software-Update aktiviert werden. Letztendlich soll der HomePod Mini dann sowohl diese Funktion als auch die Geräuscherkennung erhalten. Was mich aber überrascht hat, ist der Preis. Wie ich mich erinnere, wurde damals gesagt, dass der hohe Preis der Grund war, warum sich der große HomePod so schlecht verkauft hatte. Und warum der HomePod Mini sich dann so gut verkauft hatte, weil der ja wiederum einen sehr attraktiven Preis hat. Aber letztendlich kostet der neue große HomePod wieder 299 Dollar. So viel hatte der erste HomePod damals gegen Ende auch gekostet. Bei uns startete der große HomePod damals bei 349 Dollar, wurde dann einige Zeit später von Apple auf 329 Dollar herabgesetzt, kostet jetzt in der Neuauflage aber wieder 349 Euro. Der HomePod Mini ist übrigens auch etwas teurer geworden, von 99 auf 109 Dollar ist er um 10 Euro gestiegen. Diesen aber nach wie vor attraktiven Preis des HomePod Mini hat der große neue HomePod aber leider nicht. So wie es auch schon damals bei der ersten Generation der Fall war. Ein attraktiverer Preis beim großen neuen HomePod hätte für mich auf jeden Fall noch den entscheidenden Unterschied gemacht. Ich bin aber auf jeden Fall schon trotzdem sehr gespannt darauf, den neuen HomePod zu testen, mit der ersten Generation und mit dem HomePod Mini zu vergleichen und für euch dann Videos darüber zu machen. Aber was sagt ihr eigentlich zu dieser Neuauflage des HomePods? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.